Jetzt! Oh, da ist der Dance! Da, sie danzen! Ja, die Arme gehen hoch! Party, 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 Party! Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung, weil der Snapshot 20W 22A ist raus, Leute! Und dann gibt es wieder ein paar kleine, aber feine Neuerungen, Änderungen und tonnenweise Backfixes. Nicht wundern, was denn da mir passiert ist. Ich habe gerade den Nether dran geklatscht, damit ich jetzt in Ruhe die Snapshot-Vorstellung aufnehmen kann. Das war die Map, die ich, glaube ich, in der letzten gezeigt hatte. Ja, wie man solche wirklich custom-generated Welten machen kann und wirklich, wirklich custom-generated mit Tools und viel mehr, seht ihr in der letzten Folge. Schaut da mal rein, ist in der Playlist verlinkt, weil ich habe hier die Endinsel in den Nether verwandelt und das sah extrem lustig aus. Aber ihr wisst Bescheid, wenn es wieder was Neues gibt rund um Snapshots, die gibt es von mir auf dem Kanal. Deswegen würde mich freuen, sofern es nicht getan hat. Wenn ich vergesse, den Kanal zu abonnieren und dann seid ihr immer auf dem Laufen, denn ihr kriegt immer Bescheid, wenn was Neues rund ums nächste Update kommt. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Hilf mir extrem und jetzt legen wir los mit diesem Video. Und dann starten wir mal ganz simpel. Dafür müssen wir aber in den Nether, weil ansonsten werden Piglins ja zu den Zombiefight Piglins, wenn ich das woanders mache. Nämlich Piglins können ab sofort dancen, beziehungsweise sie haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Dance zu machen, nachdem sie ein Hoglin geklatscht haben. Ja, irgendwie, ich glaube hier rennen gar keine Hoglins mehr um, weil die Piglins aktuell alles, ne Quatsch, die spawnen auch wieder neu. Egal. Ich sorge mal dafür, dass wir ganz ganz, ganz, ganz viele Piglins haben. Ja, und dazu auch noch passend Hoglins und hoffen mal, dass die langsam hungrig werden. Wobei ich glaube, dass ich eher ein Übermaß an Piglins machen muss als an Hoglins, weil die schnappen sich nämlich, wenn sie Hunger haben, einfach den nächsten Hoglin. So, dann würde ich sagen, wir provozieren das jetzt mal so ein kleines bisschen. Gleichermaßen, wenn Piglins jetzt aggressiv werden und irgendwas angreifen wollen, dann werden die unter anderem auch ihr Schwert anheben. Das war vorher nicht der Fall. So, ich hab nicht ich hau richtig raus, was das betrifft. In der Hoffnung, die kriegen jetzt auf einmal Hunger auf Schweinefleisch und dann gucken wir mal. Die Chance, dass sie dancen ist 10%. Das heißt, es wird ja, etwas langwierig sein, bis ich das jetzt zeigen kann. Ich hoffe mal, ich hab ein bisschen Glück und die, äh, ja, dancen recht zügig. Mal gucken. Aber ihr habt noch was anderes gesehen. Jo! Das haben die grad gemacht. Hier haben sich Baby Piglins auf ein drei Stück übereinander. Einfach drei Stück. Die anderen hätten sich auch noch drauf gesetzt, wenn es gehen würde. Das wurde im vorigen Snapshot gefixt. Ähm, es hängen einfach drei Baby Piglins grad auf einem Baby Hawklin drauf. So, hier unten läuft was. Jetzt! Oh, da ist der Dance! Da sie dancen! Yeah, die Arme gehen hoch. Party, 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 Party. Wir haben eine Sau geschlachtet. Party, 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 Party. Die feiern übelst. Okay, das war's jetzt auch schon. Ja, ähm, Chance ist halt, äh, relativ lau mit 10% und das dauert echt eine Weiche, bis man da was gefunden hat. Das würde ich sagen, ist doch schon mal nett. Allerdings, äh, ja, hat ewig gedauert, bis jetzt, bis ich das mal gezeigt hatte. Äh, ich glaube, ich werde die auch alle wieder wegkillen, weil die sind halt ein bisschen Performance ziehen dann hier, oder? Kannst du, hab ich nochmal Lack? Hab ich nochmal Lack? 10% Chance? Nee, hätte ja sein können. Egal, weiter geht's. Die nächste Sache ist wieder ein bisschen langweilig, aber vielleicht auch nicht uninteressant. Es gibt eine neue Option, dass man Jigsaw-Blöcke, ähm, nicht sich in den zu geringen Block umwandeln lässt, wenn sie in Strukturen generieren. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich die wenigstens verstanden. Pass auf, es gibt hier, wenn nicht mehr mit GIF, Spark, Spark und dann Jigsaw. Das sind solche Strukturteile, wenn beispielsweise ein Dorf generiert wird, wo ein Haus ist, wo ein Weg anschließt und so, dann gibt es im Programmcode halt solche Blöcke, die werden mitgeneriert, ja, die ziehen dann eine Struktur aus einem Pool raus und verwandeln sich auch dann in Luft oder in Stein oder sonst irgendwas anderes und gehen dann weg. Irgendwo gibt es eine Einstellung. Ich hab's nicht gefunden, aber im Wiki steht als Change-Log drin, dass man das einschalten kann, dass diese Jigsaw-Blöcke bestehen bleiben und sich nicht in Luft auflösen, sodass man da vielleicht einen Überblick hat, wo die genau gelandet sind. Ich hab nicht gefunden, wo es ist. In den Options hat mir irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich hab auch hier, keine Ahnung, wo man die Jigsaw-Teile, Disability-Settings vielleicht? Nee. Andererseits, vielleicht probiert, eine neue Welt zu generieren, den weiteren Welt-Optionen. Ich hab da auch nichts gefunden. Bin mir nicht sicher, wo das einstellbar war oder nicht. Oder warte mal ganz kurz. Gab's da nicht... Sekunde. Ich schau mal ganz kurz bei den Game-Rules. Vielleicht irgendeine Option. Mobs, Spawning, Drops, World-Updates, Jet, Miscellaneous. Ich hab's nicht gefunden. Also, kann sein, am ehesten vielleicht noch, dass es hier mit drin ist. Aber ich weiß nicht, wo ist es irgendwo die Option, dass die Jigsaw-Blöcke nicht in Luft sich auflösen. Aber weder in den Game-Rules ist es, glaube ich, drin, als noch hier in den Morb-World. Hier, also Generate Structures können wir eine ausschalten. Das ist klar. Hier können wir die Settings importieren für ein Neu. Hat mir den letzten Folger gezeigt. Aber ich, keine Ahnung, wo es gerade ist. Soll aber anscheinend da sein. Lass ich mal so stehen. Weiter geht's. Dann als nächstes eine neue Todesnachricht. Wenn ein Spieler von einem Wither geklatscht wird, steht dann jetzt da Player was shot by und dann den Wither oder so, den Skull, den Kopf. Und das gilt auch für, die Namen sind ersetzbar. Also, wenn du den Wither in den Name-Tax gibst, keine Ahnung, nennst ihn Nymphadora. Ja, und dann wird da stehen Sparkle Phoenix was shot by Nymphadoras Skull oder sowas. Also, das wird da mit drin sein. Genau. Das war neu, gab's vorher so nicht. Dann machen wir weiter. Und zwar, jetzt geht es um Glocken. Die Bell hat ein paar neue Funktionen. Ich kann mal gucken, ob ich hier Chain finde. Was heißt neue Funktionen? Ich sag mal so, sie kann seit neuestem an viele verschiedene neue Blöcke drangehängt werden, ähnlich wie die Laternen. Beispielsweise an, naja, Fans ist an Zäunen, kann die ich, kann man die Liste durchgehen. Die kann jetzt drangehängt an Ambossen, Brauständen, Ketten, Kisten, Enderkisten, Endrods, Zäune, Flowerpots, Glasscheiben, Grindstones, Hopper, Eisengitter, an Mobköpfe, an Pistons, Strapchests und an Mauern, sodass man da ein bisschen mehr Optionen für Deko und ähnliches hat. Also wenn ich jetzt einfach mal ganz blöd hier rüber gehen würde, sieht halt jetzt noch mal ganz anders aus, ne? Sieht noch mal ganz, 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 ganz anders aus und was auch noch war, man kann die sogar an Daylight Sensors unten dran ballern und der Witz ist, jedes Mal, wenn dann das Ding hier, ich glaube hier im Nether funktioniert das nicht so gut, ne? Doch, hier geht's auch. Jedes Mal, wenn das Ding dann getriggert wird, ne? Dann müsst ihr auch eigentlich einmal läuten, oder? Kann ich mal kurz die Musik ins Sound? Ich kann nicht, ich hab zu leise gestellt, anscheinend. Naja, weil eigentlich, eigentlich gibt's auch Ritz und Signal, die müssen doch eigentlich läuten. Egal, dann ziehen wir die mal runter. Mir geht's anscheinend nicht. Klonk, okay, das ist wahnsinnig laut. Damit kann man halt ein bisschen was anfangen, ne? Viel, viel dekorativer das Ganze gestalten und ich finde, das sieht echt nice aus. Also an die ganzen Blöcke ich vorgelesen hab, kannst du auf jeden Fall ab sofort Glocken hängen. Dann auch noch ein paar interessante Sachen und zwar, wenn man ein Campfire hat, ja, und da Essen draufballert. Wenn man das abbaut, sollte man das Essen jetzt wiederkriegen. Davor war das anscheinend nicht der Fall. Steht so mitten in den Changes drin. Auch wenn man es mit einer Schaufel genauer gesagt ausmaut, ich weiß nicht, ich glaub das war vorher schon, aber wenn man es mit einer Schaufel ausmaut und mit einer Wasserflasche draufwirft, dann sollte man das Essen auch wieder kriegen. Und dann gibt's noch eine extrem interessante Sache und zwar, wenn wir uns jetzt hier Warp Nillium angucken und auch hier das Crimson Nillium, das kann man nicht mehr einfach so abbauen. Wenn ihr das abbaut, kriegt ihr ab sofort Netherrack raus und wenn ihr das Nillium haben wollt, dann müsst ihr eine Silk Touch Picke nehmen. Das war vorher nicht so, ist ein bisschen größerer Change. Hatte ich anfangs auch vermutet gehabt, dass das, also intuitiv hätte ich gefunden, dass es so ist, dass es so wirkt wie Gras und nicht wie Erde und weil es ist ja eigentlich nur bewachsenes Netherrack. Also wir brauchen Silk Touch dafür, ist ein auf jeden Fall nennenswerter Change hier und das sollte man nicht vergessen. Dann als nächstes, wir hatten ja schon mal beim Smithing Table diese neue UI gesehen, wo ein bisschen was angezeigt wurde. Sieht jetzt nochmal ein bisschen anders aus, ich glaube der Text wurde ein bisschen verschoben. Also hier steht, der Hammer wurde irgendwie nach links ein bisschen geschoben und der Text wurde ein bisschen nach oben gesetzt, dass das etwas zentrierter aussieht, ist halt nur eine Kleinigkeit. Dann ansonsten gehen wir mal weiter mit der nächsten Sache beispielsweise. Ich packe mir mal einen Strider hier und packe da einen Sattel drauf und ab sofort sollte es so sein, dass wenn der Spieler die Sneak-Taste gedrückt hält, also der hat ja gar kein Inventar, also ich kann ihn ja sowieso nicht anklicken, dann kann er nicht mehr auf eine andere Entity aufmountain. Das ist jetzt einfach eine generelle Regel. Das gilt für Pferde, für alle anderen Entities, wo drauf reiten kannst, hat man kurz einen Strider geschnappt. Mit Normalrechtsklick geht's, aber mit Shift-Rechtsklick kann man keine Entities mehr mounten. Hat sich was generell geändert? Für die nächsten Sachen gehen wir mal in die Overworld. Fühlt sich ein bisschen besser an und zwar Bienen. Yes, die kleinen Baby-Bienen, die in, kriegen wir das irgendwie hin? Da. Wenn die in ihre Bienennester reingehen, dann war das bisher so, dass die Zeit für die stehen geblieben ist. Sie sind in der Zeit nicht gewachsen, größer geworden, whatever, und das ändert sich jetzt. Also auch wenn die Bienen dann in ihrem Nest drin sind, zählt es, dass sie größer werden. Also so ein paar Logic-Fixes einfach. Dann als nächstes, Endermen können jetzt nicht mehr die spawnen, wenn sie einen Block in der Hand halten. Sie müssen ihn erst wieder platzieren, dann können sie die spawnen. Vorher geht es nicht. Außerdem, was auch nicht mehr die spawnen kann, ist, wenn Folgendes passiert. Eventuell kennst du es schon aus ganz früheren Sachen, fünf Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest, und whatever. Ich versuche die Sachen nicht so oft zu wiederholen, auch wenn man das gelegentlich mal machen kann, aber man kann ja beispielsweise Dorfwohner mit Blitzen in Hexen umverwandeln. Okay, einige wussten jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich würde eigentlich gerne mal so irgendwie mal so ein 100-Fakten-Video irgendwie sowas machen, aber ich habe immer Angst, die habe ich schon vor drei Jahren mal gezeigt oder so. Macht das Sinn, dass ich manchmal auch Videos mache, wo ich Fakten wieder aufhole, wenn das einfach zu lange her ist? Wo ist da so die Grenze? Würde mich mal interessieren. Hauen Sie mal in die Kommentare. Sollten wir generell solche Sachen auch wiederholen können, sei es auch in Videos, wenn es halt schon über zwei Jahre alt ist oder sowas. Das ist halt wahnsinnig lang und kann halt sein, dass die meisten sich auch gar nicht mehr daran erinnern können oder dass so viele neue Leute dazukommen, die sie erst noch gar nicht gesehen haben. Wäre halt cool, dann gäbe es nicht wieder ein paar mehr Fakten-Videos, wo wir vielleicht auch mal ein paar alte Sachen aufarbeiten, weil es hat sich auch ein bisschen was gemacht. Egal. Hexen, die entstehen, weil Villager von Blitzen getroffen wurden, die sind auch nicht die Spawner. So, und dann gibt es noch eine andere Änderung, ebenfalls mit Dorfbewohnern. Wenn ich mir einen Villager krallen würde und wir nehmen dem einfach mal eine Workstation oder sowas, hauen die irgendwo hin. Dann greife ich mal das mal hier unten. Jetzt haben wir nicht mehr das Problem, dass Villager oder mehrere Villager versuchen, an derselben Workstation zu arbeiten, sondern jeder hat eine unique Workstation und hat auch Priorität auf diesem Umkreis, also wenn er halt einen Beruf hat, von 16 Blöcken. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den auch, also wenn ich hier abbau nicht, dann switcht er immer noch zurück. Das ist soweit so gut klar. Aber wenn ich ihn jetzt schon, wenn er jetzt schon seinen Beruf hat, seinen Bibliothekars-Beruf, ich habe auch schon einmal den getradet, der behält den, dann baue ich den ab und setze hier hinten irgendwo eine neue Workstation hin, dann hat er in, glaube ich, 16 Block Radius oder so die Priorität, genau wie steht 16 Block Radius, die Priorität, dass er, dass nur er den Anspruch auf diese neue Workstation hat und wenn jetzt ein zweiter Villager daneben steht, der noch keinen Beruf hat, der wird jetzt nicht aus Versehen das krallen. Das fand ich ein zwitzengroßes Problem, auch ein Crafted-Deck, wo ich Villager irgendwie neu zuordnen wollte und ich musste gucken, dass wirklich nur der da rankommt, in dem ich einfach einen Raum gemacht habe, wo nur er dann Zugriff hat, sodass kein anderer, ja, auch jetzt, da habe ich einfach mal zwei Librarians und nur einer konnte dann hin. Also, es hat sich ein kleines bisschen geändert, das funktioniert so nicht mehr und es steht auch irgendwie, dass es nachts nicht mehr funktionieren sollte, aber ich dachte, es hat nachts noch nie funktioniert. Also nachts und während Raids sollten Dorfwohner nicht ihre, also sich einen Job suchen können, sondern es sollte nur tagsüber während der Tageszeit passieren, aber naja. Dann, ähm, gibt es noch eine Sache bei zombifizierten Piglins. Kann ich mal ganz kurz gucken? Zombie Fight Piglins Spawn Eggs, die, ne, warte mal ganz kurz. Äh, das kann ich wieder durcheinander hier. Doch, Zombie Fight Biglins? Ah, okay, die halten jetzt die Arme so nach vorne, ähnlich wie Zombies es tun, aber ich sehe da gerade irgendwie keinen Unterschied. Kann das sein? Oder? Ich bin zumindest nicht bewusst. Für mich sieht das, ich hätte jetzt keinen Unterschied bemerkt, ähm, aber scheint so, als wenn die vorher das Schwert irgendwie anders gehalten hätten, aber die halten jetzt so wie Zombies die Arme nach vorne, okay. Und die Texture sieht ein kleines bisschen anders aus, aber ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas feststellen können, was da grob geändert wurde. Sieht für mich noch sehr ähnlich aus eigentlich. Hier kommt noch die Wither-Rose runter. Habe ich vielleicht noch ein Screenshot genommen. Dann noch ein paar Änderungen bei der World Generation. Folgendes, ähm, bei Basalt Pillars gab es eine Änderung, steht hier zumindest, die enden jetzt in dem Top-Layer von einem Lava-Ozean anstatt direkt darüber. Ich kann mir gerade bildlich irgendwie gar nichts drüber vorstellen, aber es hat was mit Basalt Pillars zu tun. Ich habe es so hier nicht gefunden, weil es halt noch eine alte Map ist. Ähm, kleinere Changes, ebenfalls, dass einige Strukturen, also Fossilien nicht mehr in Wüstentempel überlappen beispielsweise, solche kleinen Geschichten oder Ozeanruinen überlappen, keine, äh, Endportale oder solche Geschichten, also, dass Strukturen ineinander generieren, teilweise so unterirdisch. Du hast dann irgendwie so ein End, ja, so ein Fortress oder so, und da ist irgendwas anderes noch reingeneriert und da kann man da so schwer durchlatschen und so. Das wurde auf jeden Fall gefixt. Perfekt. Ähm, da sonst noch ein kleiner, kleiner Change. Wir wissen ja, dass man mit dem Blackstone Steintools machen kann und jetzt ist auch so, dass man mit Blackstone beispielsweise eine Steinspitzhack reparieren kann in einem Amboss, weil das ja das zugehörige Material ist und das macht halt Sinn, ne? Gut, ähm, dann gibt's noch einen weiteren, äh, Command, äh, eine weitere Änderung zum Command. Wenn man den Slash Clear Command nimmt, dann cleart man auch in einem, ja, also ich selbst kann's jetzt nicht machen, wenn ich im Crafting Table drin bin, aber es würde, oder, wenn ich im Inventory drin bin, so rum, ähm, wenn man zum Beispiel in seinem Crafting Grid oben drin ist und da was reinlegt, dann konnte man diesem Clear Befehl bisher entgehen. Ähm, also, Game Out Survival. So, wenn ich jetzt hier was reinlege und das Inventar wird gecleart, dann bleiben die Sachen im Crafting Grid hier oben noch drin. Das heißt, in älteren Versionen auf Servern, jemand will eure Inventar klären, Sparkies Bro Tips, ähm, sollte in der 1.16 dann nicht mehr funktionieren. Aber, gut, wer weiß, was ihr damit anstellt, diese Information. Dann bleiben noch ein paar Bugfixes und mit ein paar Bugfixes, äh, ja, dieser Snapshot ist der Snapshot mit den meisten Bugfixes, den es bisher jemals gab. Ähm, 117 Bugfixes sind hier drin. Dann würde ich mal sagen, wir fangen an und lesen alle langsam durch. Nein, machen wir nicht. Wir werden nicht alle jetzt durchgehen. Die meisten oder vieles, was in Form von Bugfixes halt gefixt wurde, hatte ich eben auch schon mit den Änderungen und Neuerungen gezeigt. Vielleicht noch was Erwähnenswert, also ich werde nur die wichtigen Sachen jetzt nochmal nehmen. Vielleicht also was Erwähnenswertes, hinter transparenten Blöcken sind Wolken anscheinend nicht gerendert. Ich weiß nicht, ich habe es nicht im Kopf oder vorher nachher vergleich, aber durch Glas kann ich jetzt perfekt Wolken sehen. Wahrscheinlich gilt das auch noch für ein paar andere transparente Sachen. Ähm, ob wirklich jetzt bei Glas das Beispiel vorher war, weiß ich nicht, aber das soll jetzt wieder funktionieren, auch bei anderen transparenten Geschichten. Und vielleicht noch, auch noch eine interessante Sache, wenn, ähm, vielleicht kennt ihr noch die Wither Rosenfarm, die wir in Crafty gebaut haben. Und zwar Wither Sky, da haben wir ja einen Wither, der killt die. Und Endermen sollten jetzt die Geschosse von Wither vermeiden. Das könnte sein, das Pferd schiebt mich durch die Gegend, was fällt dem ein? Das könnte sein, dass eine Wither Rosenfarm jetzt broken ist. Müssen wir eventuell mal ausprobieren, aber steht uns um Change-Log, bin ich ein bisschen, mh, das war vielleicht nicht so gut und ähnliches. Ansonsten, ja, hier steht zum Beispiel, Nilium wird nicht gedroppt, wenn Netherrack mit einer Spitzhacke gehauen wird. Das habe ich schon gesagt, im Sinne von, als Feature oder so, als Änderung von den Blöcken. Und, ja, viele wichtige Sachen sind drin. Ich denke mal, ich habe nichts allzu Wichtiges vergessen, was in diesem Snapchat jetzt gefixt worden ist. Ein paar Kleinigkeiten, wenn nicht, schaut euch mal die komplette Liste im Wiki an, aber das wird jetzt einfach zu lange dauern, 117 Sachen hier durchzugehen. Hier steht noch, Frostwalker protects Player from Fire. Von Feuer auf Lagerfeuer oder von, okay, also Frostwalker war ja bereits so, dass man damit auf Magma-Blöcken laufen kann, aber ich glaube, da anscheinend gab es einen Bug, dass man über Feuer irgendwie, dass man davon geschützt war, aber wie gesagt, das sollte auch nicht mehr sein. Also, vielleicht noch relevant, aber ansonsten habe ich wirklich nichts mehr gesehen, was so ultra, ultra, ultra wichtig und erwähnenswert ist. Das ist auch viel zu viel. Leute, bis heute geht es wieder im nächsten Video. Bis dann, dass wir haben. Ciao, ciao.